liebe leute habe die ehre und willkommen zurück zu der last faith ein weiteres nycrux farming guide video fürs late game ich bin jetzt bewusst im hub damit diejenigen die nicht gespoilert werden wollen wo das ist jetzt die möglichkeit haben das video wieder weg zu klicken also tut euch den gefallen wenn ihr noch nicht am ende des spiels seid es ist wirklich fast am ende des spiels schaltet jetzt ab guckt es euch nicht an ansonsten gibt es massivste spoiler also müsst ihr dann selber wissen ich habe euch gewarnt aber jetzt geht das farming video los wir reisen wir haben zwei möglichkeiten von wo wir aus das machen entweder genau entweder hier altar des werbes von junas das ist meine bevorzugte route alternativ geht es auch von der anderen seite nämlich hier heiliger bezirk mitringal da müssen wir hier rechts nach oben ich mache jetzt das ganze hier von altar des werbes von junas wir gehen jetzt hier nach rechts und die leiter hoch genau dann sind wir eigentlich wir sind eigentlich schon da da geht es los hier sind wir jetzt in der großen kirche und jetzt haben wir hier die ganzen gegner um ihr seht den schaden den ich aus teilen mit dieser waffe das ist einfach nur abartig wo er die findet da gibt es dann auch noch mal extra guide video das ist eine stärke waffe ab stufe 8 oder 9 gibt es ein scaling auf stärke also das ist einfach nur absolut phänomenal gutes ding nennt sich ätherische großklinge dies bei mir schafft plus 10 mehr geht nicht also der damage alleine schon der bonus schaden von 635 den habe ich weil ich schon 50 stärke gespielt habe das ding ist einfach nur abartig ihr braucht wenn ihr das schwert habt nichts anderes mehr aber darum geht es jetzt hier nicht da kommt später okay es sind keine 30.000 da habe ich irgendwas durcheinander gebracht aber sind über 15.000 die können wir noch mitnehmen ja 20.000 sind fast so und hier können wir können jetzt hier weitergehen ihr müsst jetzt den ganzen weg nicht mehr zurücklaufen einfach hier weiter über die brücke lalalala zack hier runter und dann links so schon sind wir im heiligenbezirk es sind knapp 20.000 ich dachte es wären 30 aber egal hätte 20.000 so weil es so geil ist machen wir jetzt das ganze von der anderen seite mit dem doppelsprung hier hoch dann hier rüber ein dash machen also ich habe die ganzen fähigkeiten schon weil ich bin schon bei ich habe den endpost schon gekillt jetzt machen wir das ganze einfach weil es so schön ist nochmal von der anderen seite auch hier dauert ungefähr drei minuten kriegt ihr 20.000 erfahrungspunkte falls ihr noch irgendwas schmieden lassen wollt oder kaufen wollt also es gibt ihr habt es da hier noch die möglichkeit innerhalb kürzester zeit sehr sehr viele erfahrungspunkte nochmal zu sammeln habt ihr die wette des spielers oder das bessere pendant dazu könnt ihr mal schauen ob ich noch eins habe dann gibt es ja deutlich mehr schauen wir mal ins inventar ob ich noch was habe ja genügend hier opfer des spielers da gibt es ja deutlich mehr das benutzen wir jetzt nochmal für die letzten gegner ups das ist der bogen fahrt schon knapp da gibt es nochmal einiges mehr da gibt es Also Alleine der Gegner hat jetzt gegeben 5320 Mit Mit dem hier Opfer des Spielers Wette des Spielers ist die Alternative Da gibt es halt ein bisschen weniger dazu Ja, aber ihr seht, jetzt sind wir auf der anderen Seite Das könnt ihr jetzt beliebig oft wiederholen Jetzt haben wir Etwas mehr als 38.000 Und sind das Ganze zweimal abgelaufen Also das ist schon eine absolut phänomenale Farmingroute fürs Late Game Aber Freunde Also wenn euch noch irgendwas fehlt Ja, ich muss das noch kaufen Nein, mir fehlt jetzt noch die Kohle Um meine Waffe auf plus 9 oder plus 10 Zu schmieden Und dies und jenes Fehlt mir noch, wie ihr eine Waffe Auf plus 9 oder plus 10 schmieden könnt Wo ihr das wichtige Item findet Das zeige ich euch dann im nächsten Video Das ist nämlich auch äußerst wichtig Oder in den nächsten Videos Es kommen noch mehrere Okay Freunde Mit den 38.229 EPs Verabschiede ich mich Ist absolut geile Late Game Farmingroute Mehr kann man dazu nicht sagen Wenn ihr, wie gesagt Noch hier diese Buffs habt Die Gegenstände Entweder Wette des Spielers Oder noch besser Opfer des Spielers Dann gibt es natürlich noch mal Einiges an Boni drauf Von den Nykruks Gut Freunde Ich bedanke mich für euer Interesse Schön, dass ihr da wart Viel Spaß weiterhin mit The Last Faith Und hoffentlich bis nächstes Mal Habi derin Ciao Servus Leute Servus Leute Servus Leute Servus Leute Servus Leute Servus Leute